Oh, warte, das muss ich abnehmen. Es ist wegen der Seniorenwohnung, in der wir uns angemeldet haben. Was? Und heute wieder mit deinen Krampen. Also, der Körper ist auf 40 bis 50 Jahre programmiert. Alles, was nachher kommt, ist Zugabe. Ich werde ihn einfach nicht wicken müssen. Er klammert sich so an die Arbeit. Du bist ja jetzt auch schon 64 Jahre alt. Was? Kürzentretten? Wendeplatz. Wendeplatz? Holst du ihn? Wenn es dann mal so weit ist. Und da? Ein Badwannenlift. Herrlich. Ich muss da ausreffen. Das macht mich fertig mit dem elektrischen Stuch.